Die nächste Reiseetappe führt Christian Rosenkreuz zu den Weisen von Damka in Arabien. Man nimmt an, dass es ein Ort im Süden der arabischen Halbinsel ist. Daneben ist es aber auch ein innerer Ort, ein seelischer Ort im Menschen. In der Pharma Fraternitatis heißt es, die Weisen empfingen ihn nicht wie einen Fremden, sondern wie einen, auf den sie lange gewartet hatten, nannten ihn beim Namen und wussten von anderen Geheimnissen aus seinem Kloster, worüber er sich nicht genug wundern konnte. Weiter führt die Pharma aus, dass Christian Rosenkreuz dort die arabische Sprache lernte und dass er bereits im folgenden Jahr das Buch M in gutes Latein übertragen konnte. Das Buch M, das ist das Buch der Natur. Schaut mal, ist das nicht zauberhaft? Ja, unglaublich. Ein Blütenmeer. Man könnte meinen, die Blüten freuen sich. Im Wind, in der Sonne. Ich glaube, die Blüten haben mit der Sonne zu tun. Und die Stängel, die Blätter, die Wurzeln mit der Erde. Ja, die Blüten verzaubern einen. Und sie weisen über die Erde hinaus. Sie wecken Sehnsucht. Vielleicht sollen wir über unseren Zustand hinauswachsen? Das sagen die Blüten? Ja, sie berühren etwas. Jetzt scheint es noch wie ein Traum, ein Ideal. Diesen Zauber sehe ich manchmal auch in Menschen. Bei jungen Mädchen, oder? Eher vielmehr bei älteren oder alten Menschen. Da ist das innere Licht manchmal sehr deutlich zu spüren. Ich glaube, dass das innere Licht in jedem Menschen eine Reise machen will im Verlauf seines Lebens. Eine Reise durch die Psyche. Die Pharma Fraternitatis beschreibt das mit der Reise des Christian Rosenkreuz. Man kann es als die Geschichte eines Menschen sehen, als den Erfahrungsweg eines Menschen. Oder als den Weg des Lichtes in einem Menschen. Das Licht geht einen Weg im Menschen? Das Leben hat Licht in sich, das sich zeigen will. Es will ins Bewusstsein treten und uns erneuern. Es geht einen Weg mit uns. Wir haben in einer früheren Sendung schon mal darüber gesprochen. Da ist die Fahrt von Christian Rosenkreuz nach Zypern. Er durchlebt seine Emotionen und Begierden. Er merkt etwas von seinen Motivationen und seinen Schattenseiten, die er am liebsten nicht wahrhaben will. Aber er hat Stand gehalten. Das Licht führte ihn dann weiter nach Damkar und er lernte, ihm Buch M zu lesen. Auf Lateinisch heißt es Liber Mundi, Buch der Welt, Buch der Natur. Warum eigentlich Buch? Die Natur mit allem, was darin ist, verstand man als Schriftzeichen des Geistes. Und man muss in der Schule des Geistes lernen, um sie lesen zu können. Ja, alles hat eine Bedeutung und will sie zeigen. Alles will verstanden werden. Die Blüten hier auf der Wiese? Welche Bedeutung könnten die denn haben? Sie wollen uns die Augen öffnen. Geistige Impulse wirken auch in ihnen und zeigen sich eben als Blumen. Und wir können erkennen, solche Impulse wirken auch in uns. Es gibt Aspekte in uns, die dem entsprechen, was wir in der Natur wahrnehmen. Da ist etwas in uns, das wachsen und aufblühen will. In Damaskus hat Christian Rosenkreuz erkannt, dass man Geistiges in der Natur erleben kann. In diese Richtung will er nun gehen. Deshalb hat er seine Reiseroute, die ihn ja eigentlich nach Jerusalem führen sollte, geändert. Er sucht den Weg zu den Weisen in Damkar. Man kann sagen, er sucht Gottes Erkenntnis mithilfe der Natur. Und er sucht Naturerkenntnis mithilfe des Geistes. Und was könnten sie ihm gesagt haben, die Weisen? Sie sind Mystiker. In der islamischen Tradition schreibt man Gott das Wort zu, ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt werden. Deshalb schuf ich die Welt. Und im Koran heißt es, jedes Geschöpf kennt seine eigene Weise von Gebet und Lobpreisung. Man kann sagen, eine Pflanze ist in fortdauernder Meditation auf der ihr entsprechenden Bewusstseinsebene. Wenn ein Mensch sich in das einfühlt, erspürt er dies. Er kann das Geistige, das in der Pflanze wirkt, erahnen und sich mit ihm verbinden. Dann ändert sich auch sein Umgang mit der Natur. Philosophen in Arabien sagten, die Augen des Menschen wurden durch die Sonne geweckt. Die Sonne wollte gesehen werden. Goethe hat dies dann später aufgegriffen. So ist es auch mit den seelischen Augen. Sie werden durch das göttlich-geistige geweckt, das wahrgenommen werden will. Ja, in Damkar war ein geistiges Feld. Eine geistige Sonne. Und sie hat in Christian Rosenkreuz seelische Augen geweckt. Er hat sich in das Feld der Weisen eingefügt und allmählich sind ihm innerlich Lichter aufgegangen. Und was ändert sich dann? Du siehst eine Blüte, aber du siehst sie zugleich als Tür, die auf das Geistige hinweist, das sich in ihr ausdrückt. Vielleicht ist es deine Fantasie. Hast du schon mal etwas vom Paradies gesehen? Ich sehe immer nur das Gegenteil davon. In den Blüten steckt ein Zauber. In den Menschen, in allem Lebendigen steckt ein Zauber. Wenn der in deinem Bewusstsein erwacht, siehst du ihn überall. Das gehört zum Paradies. Aber jetzt ist es für uns noch weitgehend verhüllt. Der Mystiker Ibn Atta Allah, dem die inneren Augen aufgegangen sind, sagte, Wie könnte man denken, dass ihn etwas verhülle, da er sich in allem zeigt? Du meinst, das Paradies, das Göttliche ist vorhanden? Schau dir die Welt doch mal an, was da stattfindet. Nur aus dem Idealen in dir hast du den Maßstab für das, was in der Welt stattfindet. Du hast ein Potenzial, eine Möglichkeit. Sie kann sich entfalten und dann ändert sich alles. Ich erlebe eigentlich nur das Gegenteil davon. Wenn du es schmerzhaft erlebst, spürst du die Kraft, die aus dem idealen Kern in dir kommt. Wenn sie ins Bewusstsein eintritt, erlebst du sie als inneres Licht. Was kann sich denn verändern im Zusammenleben? Wenn das seelische Licht erscheint, kannst du dich ganz anders auf einen Menschen einlassen. Du kannst ihn als Seelenwesen erkennen und Verbundenheit spüren. Du siehst seine Nöte und kannst zuhören. Ein offener Raum entsteht. Etwas blüht auf und kommt dann zum Vorschein. Du hast den Raum dafür geschaffen, in dem es sich entwickeln kann, ins Bewusstsein treten kann. Wir müssen wirklich lernen, solche Räume zu schaffen. Dein eigenes inneres Licht ermöglicht das. Das wirkt sich aus, auf Menschen und sogar auch auf Tiere und Pflanzen. Alles entwickelt sich weiter und macht einen neuen Schritt in diesen offenen Räumen. Was geistig ist am Leben, das will sich zeigen und das steht wohl an in unserer Entwicklung. Das hat Christian Rosenkreuz in Damka erlebt? Ja, durch ein geistiges Feld, durch diesen offenen Raum ist in ihm etwas wach geworden. Er erlebte den transzendenten Hintergrund. Er merkte, wie Geistiges äußere Formen erzeugt. Dafür entstanden in ihm Sinnesorgane, seelische Organe. Sein Körper hatte sich verfeinert. Christian Rosenkreuz begann, das Leben auf einer tieferen Ebene zu begreifen. Ist das Mystik? Man kann sagen, es ist ein mystisches Schauen, mit einem klaren Verstand und einer deutlichen Wahrnehmung. Wir werden empfänglicher als bisher und nehmen die Natur und die Menschen vollständiger wahr. Wie geht das? Warst du schon mal verliebt? Da war es passiert. Da warst du sehr empfänglich und konntest dich ganz auf diesen anderen Menschen einlassen. Als Christian Rosenkreuz lernte, im Buch der Natur zu lesen, begann er, die Lebewesen als Brüder und Schwestern zu erkennen. Er sah, wie er mit ihnen im einen Leben verbunden ist. Man kann so ein Erleben natürlich nicht einfach auf einen anderen übertragen. Aber ein Impuls kann davon ausgehen. Ich meine, dass solches Erleben heute in vielen Menschen wächst. Was machst du dann mit deinem Leben? Es wird neu und du weißt nicht wie. Alles bekommt einen Sinn. Alles, was dir an jedem Tag, in jedem Moment passiert. Du siehst dich in größerem Zusammenhang und das Ganze zeichnet sich ab, soweit es möglich ist. Und irgendwie erkennst du deine Aufgabe darin. Und das Leben wird auf neue Weise spannend. Was du schon lange zu kennen glaubtest, das siehst du jetzt mit anderen Augen. Wissenschaftler haben durch Experimente erkannt, dass alles miteinander zusammenhängt. Aber wir sollen es auch erleben. Wir sind eins mit der Erde, den Pflanzen, den Tieren, den Menschen. Es ist ja dasselbe Leben. Es begegnet sich in allem Lebendigen. Es erkennt sich und es will mit Hilfe des Menschen eine neue Stufe erreichen. Schön wär's, wenn ihr recht hättet. Es fängt im Inneren an. Im Corpus Hermeticum, dieser Schrift aus dem 2. und 3. Jahrhundert, die auch viele islamische Mystiker kannten, steht über das Sehen mit den neuen Augen, Betrachte nun durch mich die Welt, die sich dir darbietet, und nimm tief in dich auf, wie schön sie ist. Ein reiner und unvergänglicher Körper, inwendig stark und jung und stets zunehmend an Kraft. Sieh, alles ist erfüllt von Licht. Im nächsten Podcast überqueren wir mit Christian Rosenkreuz den Sinus Arabicus auf dem Weg nach Ägypten.